hallo und herzlich willkommen zu einem neuen minecraft video wohl eher eine ankündigung die welt ist fertig sie gibt es jetzt zum download es hat sich vieles verändert nur das könnt ihr selber ausfinden wenn ihr nicht wisst was guckt einfach in den letzten shows ich glaube keine ahnung welche nummer 11 12 keine ahnung wie weit ich da bin ich habe vieles verändert ist es alles soweit fertig wichtig ist halt nur dass sie auf der alpha spielt weil sich sonst das bombhaus zersetzt also links in der beschreibung jetzt wird es gerade dunkel das ist wunderbar und so ein zeige ich euch noch das ist jetzt das text chapec habe ich mit schalemsch gemacht und das ist eine eisentür den schalter findet ihr daneben nur damit ihr es wisst nicht was ist denn da kippung kiste will ich hin wie geht es da rein ja schnell zugriff kiste das dann man mal dass man nicht immer unterrennen muss das war eigentlich alles text chapec gibt es in der beschreibung die welt gibt es in der beschreibung wie er die einfügt wisst ihr hoffentlich ist ganz einfach in den punkt minecraft ordner gibt er einfach unten bei start prozent ab data so a p p d a t a prozent auf roaming punkt minecraft und da einfach bei worlds die welt rein selbst ist es doch die welt rein text chapec die zip wichtig die zip datei rein und dann wünsche ich euch viel spaß beim entdecken und erkunden des letzten krümels dass ich hier gemacht habe und viel spaß in dieser weiten kommt von mir also bis dann